Dieses Mal hat der Papagei keinen Ausgang bei der Inselbegrüßung bekommen. Dennoch ist er nicht einsam, da noch ein zweiter Vogel mit ihm im Käfig sitzt. Reti Beach hat eine eigene Gärtnerei. Die Blütenpracht in Reti Garden ist noch immer wunderschön. Aber nicht nur Zierpflanzen werden gepflegt, sondern auch Tomaten für den Salat werden angepflanzt. Wie kleine Drachen sehen sie aus? Bei uns würde man Eidechsen dazu sagen. Tatsächlich sind es Blutsauger Agame. Reti Beach ist eher eine Pärcheninsel. Überall im Urwald findet man Hinweise von Hochzeitsreisenden. Die Uhren auf Reti Beach schlagen anders. Eine Stunde vor Mahlezeit beginnt der Tag auf Reti Beach. Somit werden die Sonnenstunden optimal ausgenutzt. Rheti Beach Rheti Beach misst gerade einmal ca. 600 x 200 Meter. Am Nordende der Insel liegen die Wasserbungalows. Wenn wir jetzt die Ostküste entlang Richtung Süden spazieren, sehen wir die drei Stege. Zuerst der Steg zur Moodoo Bar. In der Mitte der Insel liegt der Tauchsteg. Beim südlichsten Steg, dem Menchete, sind wir angekommen. Gleich hinter den Balmen dort liegt die Rezeption. Ein Beachvolleyballplatz ist in der Nähe von der Wassersportstation. B Lauter der Insel liegtодарion. B Lauter sind die Aubersteig. Aber da ist die R 뜨加en. B Lauter sind die Gewässer in der các Stege. Viele Wege führen nach Ruhm, oder wo man sonst hin will. Wegweiser zeigen einem den Weg zu den Bungalows. Ob das immer der kürzeste Weg ist, kann man nicht wirklich sagen. Aber es ist egal, ob man im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn die Insel abgeht. Man ist meist ziemlich gleich schnell beim Ziel. Der Spa-Bereich ist relativ teuer. Daher verzichten wir auf eine Massage. Wir kommen aber auf unserem Weg zur Basis oder zum Abendessen immer daran vorbei. Schmuckvoll werden die Tröge mit Wasser jeden Tag aufs Neue verziert und mit Blüten ausgelegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020